Also, willst du ein Date mit mir? Wir kämpfen oben in der Luft. Komm mit! Du hast keine Chance. Das werden wir sehen. Folg mir, Teufelin! Willst du nicht mit mir ausgehen? Paul, es ist gerade schwierig. Aua, mein Herz! Warum denn? Bist du bereit? Ja, hast du deine Attacke geladen? Das mache ich gerade. Du kommst sowieso nicht durch meinen Schild. Diener der Hölle, hört ihr mich? Das ist Herren Mia. Was will sie von uns? Schickt mir sofort eure Kraft. Warum willst du kein Date mit mir? Du bist süß, Paul, aber... Mehmet und ich sind erst seit einer Woche getrennt. Dann kann ich nicht sofort einen neuen Mann daten. Hm, aber ich glaube, wir würden echt gut zusammenpassen. Paul, es geht zurzeit nicht. Wann kannst du denn wieder daten? Jetzt schickt mir eure Energie. Aber ich brauche meine Energie. Äh, ich auch. Eure Herren braucht euch Dämonen. Ich kämpfe gerade gegen den Tod. Und ich brauche eure Kraft. Gegen den Tod? Der ist doch voll korrekt. Ja, der hat mich vor 20.000 Jahren in die Hölle gebracht. Herr Mia, wir mögen den Tod. Wir wollen unsere Kraft nicht geben. Ja, grüßen Sie den Tod mal von uns. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Haha, hören deine Diener nicht auf dich? Ich befehle es euch Dämonen. Dann bekommt ihr auch eine Gehaltserhöhung. Wir bekommen doch gar kein Geld. Ach ja, stimmt. Ich brauche jetzt trotzdem eure Kraft. Hier, ich schicke meine Energie. Ich fühle mich gar nicht gut. Ja, weil du gerade deine ganze Kraft verbraucht hast. Egal, schick auch deine Energie. Wir müssen unserer Herren helfen. Ja, sofort. Du hast recht. Ich habe zu viel Energie geschickt. Ich hätte echt gerne ein Date mit dir. Wann kannst du denn wieder daten? Ich muss nachdenken. Und wie lange musst du nachdenken? Wow, du willst wohl unbedingt ein Date mit mir. Ja, irgendwie fühle ich etwas zwischen uns. Paul, wir machen einen Deal. Was für einen Deal? Die Energie ist da. Das wird nicht reichen. Ich habe auch noch Energie. Na, hast du jetzt Angst? Das reicht immer noch nicht. Und was machst du jetzt? Ich habe noch eine Geheintechnik. Was hast du vor? Was für einen Deal meinst du? Wenn wir mal heiraten sollten, will ich meine Tochter Mia nennen. Bist du damit einverstanden? Ich habe doch nur nach einem Date gefragt. Wie kommst du jetzt auf Hochzeit? Sag doch einfach. Wie findest du den Namen Mia? Was ist das für eine Geheimtechnik? Ich kann zu allen Menschen auf der Erde gleichzeitig sprechen. Okay, und was soll dir das bringen? Denk mal nach, Tod. Oh nein, ich glaube ich weiß, was du vorhast. Dann sag mal. Du willst allen Menschen Döner geben. Haha, genau. Äh, nein, was redest du da? Die Menschen werden mir alle ihre Energie geben. Meine Energiekugel wird gigantisch werden. Nein, tu das nicht! Menschen der Erde, hört ihr mich? Ich bin Teufelin Mia. Was war das? Ich habe eine Stimme gehört. Wie findest du jetzt den Namen? Ähm, Mia hat nur drei Buchstaben. Ja, aber der Name ist doch trotzdem schön, oder? Es gibt aber schöneren Namen als Mia. Wir gehen nur auf ein Date, wenn ich meine Tochter Mia nennen darf. Hm, okay, wir haben einen Deal. Ich hole dich heute Abend von zu Hause ab. Gut, aber ich muss dich warnen. Wovor musst du mich warnen? Menschen der Erde, gebt mir eure Kraft. Beeilt euch. Das ist bestimmt irgendeine Verrückte. Meine Energie bekommt sie nicht. Meine auch nicht. Wie könnt ihr es wagen? Ich bin Teufelin Mia. Schickt mir jetzt sofort eure Energie. Die ist ja voll unhöflich. Ja, so jemandem gebe ich bestimmt nicht meine Kraft. Haha, niemand will dir Energie schicken. So wirst du mich nie besiegen. Keine Sorge, ich habe noch eine Idee. Wovor musst du mich warnen, Mia? Mein Vater ist ziemlich streng, wenn ein Junge mich täten will. Er will bestimmt vorher mit dir sprechen. Ähm, muss ich denn mit ihm reden? Ja, er ist zu Hause heute Abend. Sonst darf ich bestimmt nicht raus. Das macht mir Angst. Wenn er mit seiner Waffe auf dich zielt, musst du ausweichen. Wie bitte? Dein Vater hat eine Waffe? Ja, und guck ihm nicht in die Augen, wenn du mit ihm redest. Was ist das denn für ein Mensch? Ich bin gespannt, ob er dich umbringt. Ich glaube, ich will doch kein Date. Haha, zu spät. Oh, wir müssen wieder in die Klasse. Wir haben jetzt Englisch. Gib doch einfach auf. Dann können wir Döner essen geben. Nein, ich werde dich besiegen. Ich spreche zu allen bösen Menschen auf der Erde. Oh nein, das könnte funktionieren. Hört ihr mich? Hast du das auch gehört? Ja, wer war das? Ihr habt das doch auch gehört, oder? Ich bin Teufelin Mia und ich brauche eure Hilfe. Schickt mir eure Energie, damit ich den Tod besiegen kann. Der Teufel braucht uns. Ich schicke meine Energie. Ich helfe auch. Hier, nimm meine Energietäufelin Mia. Die Energie kommt. Wie viele Menschen haben dir Energie geschickt? Über 20 Millionen Menschen. Oh nein! Die Kugel wird so riesig werden. Ich hasse Englisch. Ich kann voll gut Englisch. Ich kann nur ein bisschen Englisch. Ach, I can help you. Was heißt das? Das wird wohl doch schwieriger werden, als gedacht. Naja, lass uns jetzt mal reingehen. Etwas Energie ist schon da. Aber gleich wird alles kommen. Hör auf, bevor es zu spät ist, Teufel in Mia. Die Erde könnte zerstört werden. Mir egal. Ich kann die Energie spüren. Das wird die größte Energiekugel, die das Universum je gesehen hat. Please take out your books. Hä? Was sollen wir machen? Du sollst dein Buch rausnehmen. Ach so. Danke, Pia. Please stop talking, Paul. Was hat die gesagt? Du sollst aufhören zu reden. Oh, tut mir leid. Ähm, ich meine, sorry. Das dauert ja ganz schön lange. Gleich ist es soweit. Haha. Dann mache ich dich fertig. Todi, flieg sofort nach Hause. Nein, ich lasse dich hier nicht alleine, Papa. Dann komm hinter mein Schild. Ich komme. Holst du mich gleich ab? Ja, wo wohnst du denn? Hahnstraße 22. Okay, ich hole dich um 18 Uhr ab. Okay, bis gleich. Ich freue mich. Bis gleich. Die Energie kommt. Macht euch bereit. Oh mein Gott. Die Energiekugel ist riesig. Hör auf, Teufel in mir, bevor es zu spät ist. Das werde ich nicht, alter Freund. Flieg nach hinten, Todi. Ich habe nicht erwartet, dass sie so stark ist. Was machen wir jetzt, Papa? Mach dir keine Sorgen, Todi. Ich feuere die Kugel ab. Warte, ich muss meinen Schild größer machen. Hast du überhaupt genug Kraft dafür? Ich bin nicht so schwach, wie du denkst. Dann mach mal deinen Schild größer. Ich bin so aufgeregt. Hoffentlich bringt mich der Vater nicht um. Wer bist du und was willst du? Äh, ich bin Paul und ich will Pia abholen. Warum willst du meine Tochter abholen? Ich kann nicht sagen, dass ich ein Date mit Pia habe. Also, was willst du von meiner Tochter? Äh, Pia will mir Englisch beibringen. Ach so, okay. Pia, komm bitte runter. Hey, Paul. Du siehst gut aus. Äh, danke. Komm, lass uns Englisch lernen. Es ist doch egal, wie er aussieht. Ihr lernt doch nur Englisch, Pia. Äh, okay. Lernt gut. Bis später. Küss mich, Paul. Auch wenn du dich nicht getraut hast, meinem Papa zu sagen, dass wir ein Date haben. Ich soll dich küssen? Oh, ich muss Pia noch etwas sagen. Ich mache meinen Schild größer. Das wird nicht reichen. Ich habe nicht mehr Kraft. Ich feuere die Kugel jetzt ab. Ich küsse dich jetzt. Ich glaube, ich habe mich verhört. Oh nein. Gebt einen Daumen. Was macht dein Freund da? Ich glaube, der hat einen YouTube-Kanal oder so. Gebt einen Daumen, wenn ihr Part 11 sehen wollt und klickt auf diese Folge. Geht das, was ich noch etwas am? Geht das, was ich noch etwas an? Geht das, was ich noch etwas an oder so. Vielen Dank.